Ich bin heute für die Jagd nach dem Ticket und heute wieder das Spiel Awaken Chaos Ära. Viel Spaß! Jetzt geht es. Und da sind wir. Es sind Tausende Jahre. Die Struggle ist nicht sinnvoll. Konzentriere dich auf die Schmerz. Nein, ich werde nie vergessen. Ich werde nie vergessen. Ah, so. Ein neuer Charakter. Wenn mir auch nicht schon denken. Okay. Okay. Mein Spieltag Nr. 8 ist es. Und. Shop. Als erstes werde ich die ganzen roten Punkte, wie immer, abarbeiten. Da ist gerade jedes Mal woanders. Aber nicht schlimm. Und dann ist es mal ein bisschen am gucken. Baden German. Kampf. Info. So. Hallo. Ich werde erst mal was abholen. Bei den vier starken Charakteren. Ich habe auch noch fünf. Die roten sind alle blau, grau und grün. Das ist nicht so wichtig. Auto. Und. Schle. aufreißen. Ich habe noch Angst vor. Ich habe noch Angst, dass ich hier. Das war ganz schön. Ich habe auch Angst. Was ja so schön. Ich habe Angst. Auf? Schleuchte es dich. Hier ist es schon. Ja. Es ist so schwierig, dass ich mich hast. Geh, Geh, Geh! Ja, das ist er! Bring it on! Und jetzt werde ich mal den anderen Charakter mit einbauen und den Schwächsten von den Fynn rausschmeißen. Müssen wir erst mal gucken wer der Schwächste ist. Der hier. Und der kommt rein. Vielleicht kommt er jetzt noch weiter. Der hier. So easy. Do you believe in nothing? Jarget Locket. Jarget Locket. Oh, mein Tank ist doch. Oh, nein. Du bist ja. Aber. Aber im Endeffekt auch ein bisschen. Gut. Aber hier bei Quest, was fertig ist. Wirkliche Quest. Okay. Herausforderung. The Book of Runes preserves me. Few survive my blade dance. The Book of Runes. Okay. 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 Bring it all! So easy, do you believe in, Matty? Okay. There is the Dungeon Boss. Yeah. Ja! Bring it all! Do you believe in magic? What is that? Yeah! I'm a rat-a-fighting! So easy! Dark and lousey! Dark and lousey! Bring it all! Bring it all! Don't miss us! Slay the game! Don't miss us! Don't miss us! Do you believe in magic? Bunch of shit! See you or nichts... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, ich glaube, der ist wieder gestürzt. Ich glaube, der ist wieder gestürzt. Oh, 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 ich glaube, der ist jetzt gestürzt. Ich muss den Schrifttroddo. Schnell! Ja, den 볼ten, flügel! Sie sind eine Schrifttrodden. Sie sind eine Schrifttrodde! Immer noch keine Schriftrollen, alter Schuhe. Hat auch die Schriftrollen dabei. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Das ist ja auch dabei. Okay. The next ball. Ja, das war's für mich. A bear's gonna eat! This is going to hurt. Ich bin ein paar. Ha! You fool, they stand a chance! Das ist ein paar Tage. Noch eine. Ich glaube, der wird ein bisschen schwieriger. Ich glaube, das ist ein bisschen zu spüren. Oh! Ich bin schon wieder. Ah! Ich bin schon wieder. die paste die nacht passt wahrscheinlich das ist gut Ich hab noch gezahmbastet so aus. Oh, Mutanhänger. Erst den Mutring, jetzt Mutanhänger. Gut. Dann haben wir also jetzt... Ich würde sagen, 4 fertig, aber haben wir noch gar nicht. Hm, da war schnell die 4 fertig. Dann den roten Punkt. Und der letzte roten Punkt, das war bei Deppisch. Bring it all! So easy, do you believe in Martin? So easy, do you believe in Martin? So easy, do you believe in Martin? Er wird sich erwacken. Yeah, the rest of my anger! Catch me! Bring it all! So easy, do you think? Oh, I have the same, do you believe in Martin? Yeah? Yeah, it's okay. That will make you believe in Martin. Ah! Nice! Ledermaus? Ledermaus Wolf? Boah! Boah! Das war gefährlich. Der war schon fast down gewesen. Und die drei Range ist Stunt. Also das heißt, ich muss meinen Leuten mal ein bisschen aufblenden, würde ich sagen. Ne? Denkt ihr auch, oder? Ich auch. Das war das letzte von hier. Sprich, wir sind mit 4 fertig. Und das würde nach 5 gehen. Das ist noch 100%. Schauen wir uns gleich mal kurz. Dann war es da. Für ein roter Punkt. Das ist bei 100%. Echt? Ja, da muss ich jetzt gar nicht gehen. Ja, da muss ich jetzt gar nicht gehen. Ich werde auch nicht gehen. Ich werde auch nicht gehen. Ich bleibe zurück. Zurück da. 4. Und ich weiß das hier bei 2. Ich kriege die eine Runde nicht kaputt. Da habe ich vorgegebene Charaktere. Und... Die kann ich nicht ändern. Ich muss mit den vorgegebenen Charaktere kämpfen. Das schaffen wir einfach nicht. Keine Ahnung warum. So. Dann sind wir jetzt bei der Beschwörung. Das ist Beschwörung. igio. Ja, haben wir doch schon. Egal. Und dann. Index. Es ist meine Aufgabe, um zu beurten zu sein. Wie? 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 Das wird so viel Spaß machen. Der Empire schreit die Grenzen. Die Empire, die Filmversorgung. Ich habe 43 Charaktere, okay. Darf ich noch ein paar? Oder nein? Jetzt sind alle roten Punkte abgehackt. Ich sehe nichts mehr. Jetzt würde ich die Queste schnell machen. Technische Quest. Ja, ich habe zwei dieses Sterne. Und fünfmal Herausforderungen zu spielen. Stufe 1. Zauber nehmen wir mal. Den und den. Ich brauche Haltung. Haltung ist immer gut. So ein Kämpfer. Zauber nehmen wir mal. Danke. Danke. I habe das once. Stille. Ich habe eine Art Kompone. Okidoki. Das war die erste Seite. Und das war die zweite Seite. Jetzt kommt der Boss. Oh, da tritt seine kleinen Feuer-Goblins nach. Do you believe in magic? And both choosers! A slave of gold! So easy! Ja, jetzt ist es auf. Und nach. Hup! Wuh-oh! Grr! Target Lock! Steppen! I do not surrender! Okay! Und das ist jetzt der dritte Kampf dann? Hup! 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 Bring it on! Hup! You can also send the chops! Hup! 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 Catch me if you can! Y'all are getting lost! Y'all are getting lost! That seems like spending the time I told you! Hup! Bring it on! Okay, recline goblins. Wo kommt jetzt der Große? Oh, da ist eine Bombe! Da steht eins da. Eins? Warum legst du das Beru? Und dann verschwindet auch das Schild vor. Ich hoffe, das macht erst Beru und dann verschwindet das Schild. Oh, alle kriegen den Schildschuh sie. Aber, das hab ich gut gemacht. Was hat er die Bombe? Ein Prozent hat die Bombe. So, ich muss noch zweimal kämpfen. Hier in der Herausforderung. Schauen wir uns den erst nochmal an. Und das war jetzt der Kampf Nummer 4. Ach, die sind auch 30. Mal sehen. Also. Bring it on! Warte, jetzt mal 30. Auf anderen Weg schon vorbeiziegend. Soo. Dann kann ich gleich noch mal wieder. So. Oder? Ich weiß es nicht. Tut mal, wie er sich hier steht. Ja, du wachst! Ein Wohlfühnchen! Mach schnell, du wachst! Do you believe in nothing? Ich habe eh gerade... Wenn ich morgen auch wieder die Tageskreis mache, dann muss ich ja wieder von diesen Hütten kennen. Kann ich das halt irgendwie auch verliert oder muss man gehen? Hm. Das werden wir gleich mal sehen. So easy. Get on mine. Target life. Target life. Target life. Target life. Target life. And Lord Jesus! A slave obey! Hörll. Hör! Hör. Hör! Ich glaube, ich bin dann nach. Ich bin dann nach. Ich bin dann nach. Bring it on! Andern weiter. So easy! Sieh! Dark it lost! Dark it lost! Schönen! Der ist jetzt stuck. ein bisschen warten, dann sind wir, keiner Herrscher, wir müssen ein bisschen waschen, Magister, dann kämpfen wir hin Sie sind jetzt 35, nicht 40, so 35, das wird schon schwieriger oder genauso schwierig Bring it on! Oh Oh Touch me can Bombe steht auf drei Jetzt nur auf zwei So easy Do you believe in Matty? Catch me as you can Jargetlock Jargetlock Bring it on Ha You fools don't stand a chance Wäschlitz of eins Ui Ui Plenty of sex Don't walk Uuuuuh Uh Don't miss her Slides Ooh Oh Sit down Yeah Bring it on Bring it on Bring it on Um Jargetlock 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 Dawna Oh 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 See The bomb So easy Do you believe in Matty? ja 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 Das gibt's doch nicht. Nicht geschafft. Egal. Dann werde ich ja jetzt auch sehen, ob ich die Quest fertig gemacht habe, geschafft habe oder nicht. Quest. Nee, hab ich nicht geschafft. Wie soll man die beim nächsten Mal denn schaffen? Hm, also ich muss jetzt meine Leute alle aufwerten, damit ich es schaffe. Dann machen wir erstmal die nächste Quest. Erledige ehemals Land dreimal. Also steht wieder erledigen, das heißt ich muss es schaffen. Das ist die letzte Chance. Das ist die letzte Chance, die Sie sehen. Ich werde das Video gleich beendet. Läuft ja schon fast eine Stunde. Wie soll ich hin? Das war's. Wie soll ich es jetzt sagen? Ich weiß nicht, ob ich das nicht verletzt habe. Ja, das ist alles aufsteig. Das kann ich nicht so laufen lassen, dass das keine XP kriegt. Dann gehen wir mal zu den Helden. Und ich würde sagen, dann beschweren wir den nächsten auch schon mal. So, jetzt habe ich auch keine XP mehr. Da mache ich mal die anderen Sachen, die kleinen, wie die Schläge ausgesucht werden. Das kann man ja schnell machen wahrscheinlich. Ausrüstung. Ich habe die anderen eigentlich alle ausgesucht. Das ist bei den 4. Hotel. Und. Ich gebe Verteidigung, Herz oder Geschwindigkeit. Herz habe ich auch mal. Komm, ich kriege da noch mal Herz. Genau. Ich habe da nichts. Na, dann schauen wir mal, was haben wir am wenigsten hier. Den. Also eine Erdtrubbel. Boah, wie ein Mutanhänger. Nehmen wir mal Erd. Nehmen wir mal Erd. Ich probiere jetzt über Herzen zu machen. Habe ich hier noch ein Herz? Da habe ich ein Herz. Und hier habe ich den Erdstab. Das ist doch ein bisschen falsch, oder? Ich brauche einen Bogen. Ändern. Gibt es denn hier einen Bogen? Dolch, Axt, Schwer, Stab. Dolch, Dolch, Axt. Ne, habe ich ihn nicht. Also, bleiben wir dabei. Gut. Das. Oh. Das ist so wichtig von den ganzen Helden. Oh. Hätte ich nicht gedacht. Oh, das ist ein Verstärker. Oh, das ist ein Verstärker. Mal was bei der Schwachen. Meine Schwester. Ja, das ist ein Verstärker, ne? Ja. Bei der Schwachen. In der. Herzstärk. Das ist so. Okay. Schau mal, gibt es da auch Füße? Ne, da gibt es nichts mehr. Alles vergeben. Hm, also ich wollte auf Herz oder auf Geschwindigkeit. Aber hier, Jäger, Jäger. Herz, also Geschwindigkeit, habe ich hier gar nichts von beiden. Der gefällt mir eigentlich nicht hier. Da gibt es nichts. Da habe ich nichts. Und hier, gut. Ach Mensch. Dann machen wir es so rum. Ah, cool. Machen wir es so. Jetzt haben wir zwei Geschwindigkeiten, zwei Herz und zweimal Schwert. Okay. Okay. Ich habe es immer noch gelacht. Boah. Du gehst denn hier nur die ganze Zeit? Das heißt, wirst du? und verstärken wir automatisch 1 verstärken pants 8 9 10 12 15 15 15 15 das war's für heute. Spiel beenden, ich führe mein Ticket ab und sage Dankeschön für Zuschauer. Ich würde mich freuen, wenn auch nächstes mal seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.